Hallo ihr Lieben, was geht ab? Seid ganz herzlich willkommen zu einer weiteren League of Legends Runde. Erstmal will ich sagen, vielen, vielen lieben Dank für all die netten Kommentare. Und ich muss sagen, es motiviert auf jeden Fall, wenn man Sachen liest, wie geil, dass du wieder LoL spielst, Mr. Mikey P is back und die Leute feiern das und das motiviert mich auf jeden Fall dafür auf jeden Fall schon mal ein Dankeschön. Jetzt spiele ich mit der Community gerade, da müsst ihr nachsichtig sein, nicht jeder hat da leider das beste Mikrofon. Das Spiel an sich war aber relativ witzig und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Also viel Spaß und genießt auch wieder dieses League of Legends Video. Ich hoffe, ihr seid weiterhin Teil der Makunity und dann, ja, let's go. Okay, diesmal trappen wir, aber lass über die Mitte einfach schnell in das Gebüsch laufen. Dann machen wir eine ganz chillige Trip. Perfekt. Diesmal laufe ich auch nicht zum Red, wobei ich könnte mich jetzt unsichtbar zum Reds... Wir müssen aber auch aufpassen, dass Ivory nicht deinen Buff macht direkt oben. Wartet hier, wartet hier. Die hat hier gewardt, glaube ich. Die machen jetzt schon noch... Aber von Kedlern dran, ne? Ne, das geht nicht. Aber wir müssen jetzt selber checken, ob Ivory nicht bei unserem Red startet. Weil wenn sie dir hier jetzt schon defensiv wardet... War dann natürlich da einfach. Ja, aber wir müssen zusammen in den Red reinlaufen. Nicht, dass die da sind alle besser. Oder zu dritt reicht auch. Wir müssen auf jeden Fall helfen. Können... Weiter, weiter, da rein jetzt. Ne, sieht nicht so aus. Steht er hier? Letzte Chance zu kriegen. Ähm, dann komm ich jetzt schnell bot. Ich platziere hier mal direkt ein Ward jetzt schnell. Ähm, damit wir Bescheid wissen, ob Ivory nur... Guck, guck, guck. Die haben hier... Die steht doch hier drin, ey. Ich würde jetzt schon behaupten, die Gegner sind Platin oder Hörbe. Wenn die schon jetzt versuchen, beide Eingänge zu covern, würde ich jetzt mal behaupten. Geht sogar. Aber Platin 3 ist das höchste von denen. Platin 3 ist die Seabier. Und die anderen sind Platin 4 selber ein... Er selber 4 und... Volt irgendwas. Also wer ist der selber Spieler bei denen? Äh, Irelia. Na, dann sch... Steht hier jedenfalls. Kann auch sein, dass die Seite ein bisschen buggy ist. Lloyd Vega top lane. Oh, okay. Irelia ist dort verfreit. Ja. Oh, nee, jetzt habe ich Arma mitgenommen. Die Seabier kann meine Q auch so leicht blocken. Jetzt noch nicht, aber mit 2. Mike stirbt. Äh, Irelia ist bei mir. Oh, what? Ja, sie blockt meine Q einfach. Irelia ist bei mir. Da muss ich... Oh Gott, ey. Der Timo ist so cool, wenn er permanent den ADC nervt. Aber sie wird countert. Aber sie hat nicht so lange einen Q danach nicht. Irelia hat einen Red Bun. Oh, ich bin dran. No, perfekt. Oh, ich hatte keinen Ward. Hattest du noch einen Ward? Ey, wir hätten ihn auch richtig drücken können. Ich hatte noch den ganzen Burst da. Und die Minions waren auf unserer Seite. Schade. Ach, Mann. Nehme ich kurz Tränke. Ist okay. Ich war gerade dabei. Auto-Tank, Ignite. Dark Harvest war ready. Und, äh... Q. Wäre da fast gerne hinterher gegangen. Aber wir können ja auch chillen. Ich komme gleich fortlein, ne? Ich kann sie nicht Qen, ey. Das nervt. Das Einzige, was Timo supporten macht, kann er nicht gegen sie gewinnen. Oh ja, du hast eine gute Pose, Zack. Wir sind wieder voll praktisch. Ivan Flash. Ich bin unterwegs. Ihr Spellsheet ist raus. Auf sie, wir. Ich komme. Kriegst du sie noch? Oh, ey, hat diesen Jump abgeboten. Egal. Auf Minion, auf Minion, ne? Ich komme nicht rein, ich komme nicht rein, Alter. Wait, what? Nice. Sie hat wieder ihr Spellsheet. Irelia Flash. Oh, danke. Bitte, Jungler, komm nicht. Uh, die Blobs. Stark. Ich glaube, ich würde sogar jetzt schon... Willst du doch die Wave machen? Ach, hier kann ich reden, war das so? Ja. Hätte ich die hinten einmal an? Oh, scheiße. Boah, schaffe ich noch ein Auto? Ist weg gleich. Fürs Gold? Let's go. Ist er schon da? Nein, einfach ein Pfeil. Sehr gut. So muss er. Jonas, vielen Dank aus dem Chat. Schöner Gang, ey. Obwohl du deinen Jump am Anfang irgendwie kennst. Also vielleicht auch besser, weil dann hätte er sie vielleicht drüber geflasht. Und ich glaube, ich kann sie wieder doch anfangen mit der Q zu nerven, weil der Cooldown ist echt. Und dann ist hier Space Shade at least immer raus. Dann kann man auch die Draven hier und so drauf kriegen. Mit der TP. Botnose Thumbs, nachdem du alles abgegrasst hast und shoppen warst, kannst du gerne wieder kommen. Jetzt die ganzen Minions erstmal holen hier. Das müsste Draven easy so noch schaffen. Echt. Chill. Die Mitte wird gegangt. Wurden Thumbs benutzt in der Mitte? Es ist gar keine Thumbs, schon sogar schon. Ich bin froh. Ich muss schon ein bisschen aufpassen, der kommt jetzt Richtung Subside. Ja. Ja, ich muss zurück. Ich bin weg. Okay, auf Sie wir, auf Sie wir. Ich habe sie blenden. Okay, Pyke. Stark. Sie hat ihr Spell schon beim ersten Q raus und ich habe ja nur sieben Sekunden. Sie ist, ich glaube, 14 oder so. Sehr gut. Ich gebe ja schon mal ein Q, dann ist das Ding wieder raus. Ja. Ich glaube, wenn Ivarin kommt, könnten wir es auch noch zu zweit schaffen. Ich ziehe mich ein bisschen zurück. Zack will inlane kommen, ist eigentlich eine geile Idee. Lass mal die Minionskurs kommen, ich tue es, als ob ich recalle. Okay, hat die gesehen. Jetzt, komm hier rein, Sek. Komm hier rein. Der Pyke will engage. Warte noch, warte noch, warte. Okay, jetzt auf Sie wir. Nein. Minions. Reicht's? Schade, es reicht jetzt. Wann hast du ult? Wann ist der Seks? Wann ist Draven 6? So close! Wir brauchen dich, wir brauchen dich, Sek. Stark. Stark. Das Red Lane immer noch, ne? Schade aus. Stark. Und noch ein Takavis. Hey, da ist die Rehe. Zack first, Zack first. Na egal, die kriegen wir, die kriegen wir. Ich habe gleich wieder Ding. Ich habe keinen Mana für Q gehabt, sonst hätte ich die gekillt. Ich war U um. Schade. Boah, schön viel Money, ey. Money in the bank. Sechs Stacks, wir werden immer giftiger. Wir werden richtig zerfetzen, Draven und Timo. Wir können sogar echt fast, wobei wir in der ersten Rotation draufgehen, könnte es noch schienen. Du bist sechs, eigentlich können wir fast jetzt richtig heimgehen. Kann ich zu was haben, du? Oh ja, die Rehe. Ich bin flott, ich habe Boots. Und noch ein Stack, wunderbar. Können Sie wieder mitbringen? Die Reha, die wird jetzt bestimmt mitbekommen. Alter. Okay, das gilt dann Kato. Kurz, äh. Nicht, dass Pike dich gleich noch ultet oder so. Ein Boomerang plus Ulge. Ich komme. Ich klem mal kurz Pink hier eventuell. Gibt es nicht. Kurz genervt. Nice, good job. Zivil hat eigentlich bald kein Spell Shield. Aber ich habe keine Mana mehr, schon wieder was? Er geht durch den Pils. Er heilt sich gegen. Du heilst dich auch langsam, das ist gut. Vielleicht solltet ihr auch swapen mit Kasalina und Chor. Fällt mir gerade auf. Äh. Ja. Oder kommt ihr zurecht? Müsst ihr selber sagen. Vorsicht, Hopp. Ich hole mir kurz eine Blume hier. Scheiße. Ich hole mir kurz eine Blume. B-Shot. Hier ist keine Blume, okay. Schade. Meinst du, wir können noch fighten, Draven? Ping mal ob ja oder nein. Ich könnte von hinten draufklippen. Äh. Das Ding. Hey, sorry, dafür nochmal Top-Land. Also, ich habe es so spät gesehen. Ich habe es passiert. Aber im Endeffekt war es gut, denke ich. Immer noch. Oh, diese E-Ri. So. Und ich habe neun Stacks. Team Miss Fortune Support hätte auch noch besser wirken können. Aber Ezra, Yumi, war eklig. Ich habe ein Tripod. Ähm. Soll ich was ändern, Draven? Oder bist du erstmal so weit zufrieden? Du kannst ja auch sonst sagen, wenn dich was Sachen stören. Ich habe einen Parkisch her. Ich wäre hier auch drin, komm mal hier rein Warte, ja, kannst du noch einen Jump? Ich habe echt Bursts, ist das? Okay, raus, Daisy ist raus Ganz stark Krabbel, krabbel, oder? Hinter dir Pai kommt runter Ich habe echt wenig Mana mit Timo Pass auf, die sind Bot Weißt du, ob die hier gewordert haben? Ja oder nein? Fragezeichen heißt sie Nein, also weißt du nicht, ach das heißt Fragezeichen heißt, ich weiß es nicht, das macht auch Sinn Die wollen, die wollen irgendwas Ich gehe mal rein Warte mal Warum sind die sich Ich habe gar keine Mana, ey, das ist das Problem Stark, aber du hast echt viel Schaden Korrekt Und ich kriege einfach for free wieder meine Stacks Es läuft gerade echt wie in einem Timo-Paradies hier Und das Timo-Paradies ist auch in anderen Worten Nie Heißt das Fragezeichen? Ja oder nein? Irgendwann habe ich dann verstanden, dass Fragezeichen sowas heißt wie Ich weiß es selber nicht Simta ist gut, oder Mai? Es lässt sich gerade angenehm mit ihm spielen, ja Also mit dem Kha'Zix eben aber auch Auch der Zeg jetzt Vielleicht hatten wir es nötig mal die Rollen zu tauschen Oder vielleicht waren auch die Gegner gerade eklig Aber jetzt gerade Ja Mit dem hier Viper Habe ich noch am wenigsten, so sage ich mal, kooperiert Aber prinzipiell habe ich das Gefühl, wir sind jetzt schon im zweiten Game Ein besseres Team als im ersten Ja, auf jeden Fall Aber drei Leute top Jetzt jeden Tag, der wurde es ja, 13 bis 18 Uhr, ne Und dann machen wir bei Clash mit und gewinnen das Ding Easy Ich geh mal hier rein Pike will mich, oder? Er hat Angst bekommen Ey, ich kann ihn hier sogar fangen, fast Easy Easy Ulti hat sie noch gezündet Alles nice Ich komme Du hast noch Passiv, oder? Er läuft hoch Pass auf, da kommen zu viele IW Kann auch noch durchkommen Draven braucht ihn nicht mehr kommen Du hast noch Passiv, ich komme, ich komme Vielleicht geht noch was Manicube wurde abgebrochen Er läuft durch den Pilz Gönn dir den, gönn dir den Hier oben ist nur noch der Pile Ich kann mir Reag machen, mit dem Torben Nein, kann ich Torben Nimm du, nimm du die Crap Das ist aber gut, das kann ich Safer-Farm Sehr, sehr, sehr schönes Game Ach man, Top-Lang gegen Veager Macht der so viel Schaden Oh, du Magic Resist Reicht nicht, ne? Scheiße Oh, stimmt Oh Reicht hier, du bist sehr losig Vorsicht Get fucking wrecked by redemption Ich hab das gar nicht gesehen Das war aber fun Boah, jetzt habe ich meine Items Jetzt habe ich die Ich bin ein fetter Support-Timo-Items Das Game ist so cool, man Oh, Kass hat Probleme Guckt er die Q Kann er noch mal Ult ihn Flash Ult Ach man, dieses Slow-Milt ist so fucking Okay, Alter Das ist okay Spellsheet ist raus Ey, scheiße Ich muss die Reha, glaube ich, aufhalten Ich kippe Vega ist weg Nein, doch nicht Er hat gewonnen Können wir kriegen Ja, okay Nein, also mein Die hätten wir jetzt noch bekommen Ich bin ziemlich fett Und Meinst du, sie hätte dich gefokust? Nein, nicht so Gecued Ich meine, ich keine Ahnung Die Wattel hat mich halt Er hat uns ja schon mit diesem Ding Nicht gehittet Ja, ihr meint's Ja So, ich geh mal kurz hier Jetzt komm ich Die hab geflasht, oder? Ich hab geflasht, oder? Ich hab da auf sie drauf geflasht Ich hab grad nichts Ah, was ist das denn? Ich komme Ich hab leider gerade keine Ult hier Easy Ja, da hinten lässt sich eventuell abstorben Noch ein Dakar-Stack Ich hab keine Mana mehr für Q Ich hab keine Mana mehr für Q Ich kann nur so tun, als ob ich nerven will Nicht schlecht, sie wie Ulti Sie will Ich müsste safe sein Ja Xel, haben die noch ne Global? Ne Pyke ist weit weg Der läuft in meinen Schirm Oh, Sivi, lauf hier rein! Fuck Soll noch Ist hier noch ein Pilz, oder? Jogatop hat Probleme Hat keine Ulti mehr, sieht übel aus Er könnte executen Letzte Chance Ah, okay Ja, der Weiger hat mich falsch noch angegriffen Deswegen Wollte ich noch kurz wach Mike hat wieder Spaß und LOL Hitokrit LOL Macht mir auf jeden Fall wieder Spaß Ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen Wieder auf vier andere Leute angewiesen zu sein Aber mit der Community macht's Spaß Jetzt ist Schluss Ja Ich hab leider ganz große Lag-Probleme auch Muss ich noch alle fixen Muss ich noch alle fixen Ich komm so langsam mit dir den Top Tower pushen Ich platziere hier überall Pilze Der Ivern will fast in mich rein Ach, weil du die schon hast, okay Ach, er will den Drake Ach, er will den Drake Ich bleib kurz Fuck Wissen die es? Schein ist doch alle Pilze, Alter Schein ist doch alle Pilze, Alter Holy Crap, war der eng Da musst du schon Was ist mit Zivir? Ist sie low? Ich würde kommen Wirds nochmal drauf? Ja Scheiße Undead, oder? My bad, sorry Nein, ich dachte Ich dachte vor allem, dass nachdem ihr gefightet habt Dass sie kein Space Shield hat Aber das hatte die noch Jaa Pyke hat mich geulted Aber gekillt Ich weiß nicht, ob er die noch hat Draven, ulte ich mal gleich hin Den Baron Warum? Meinst die machen Baron? Nee, Aivan ist Nee, Aivan ist Nee, Aivan ist Obwohl Alle anderen vier sind da Das macht der Beamswurst Da war der Vega Nee, nee Die haben es probiert Aber die sind low gedroppt Ich kann auch move Also Oh, du hast eine gute Position Auf Vega, let's go Triffst du eine Q? Ah, ich bin auf Stunt Good Job Oh mein Gott Jetzt schloss Los jetzt Timo größer Vega Mehr Burst Mit der Q Allerdings hat Probleme Der Sergi Ich habe Ulti LOL Ich klei kurz ein paar Wards am Nash Mh L- nice Mh Ähm Jetzt ist aus seinem Champ Merkt man direkt Oh, okay Good Job Draven Draven Komisch, wenn ich noch mehr Burst mit Lich Spänen bekomme Die Pilze wären auch immer nerviger Au Oh, die Timo's Plays Alter Ey, warum hat der Vega überlebt? Ach, Ivern, oder was? Der hätte sterben müssen, der Vega sonst Irgendwas hatte der Was? Na, ich hab den 20 von Ulti ungefähr Die haben kein Wort 5 Sekunden auf Ulti 5 Sekunden auf Ulti Ey, die zwei Tanks So Die ganzen Shrooms, ey Okay Alter, das dauert noch ein bisschen Ach, ihr seid am Nash Deswegen, äh, ziehen die da so hart Ja Ah, okay, schafft ihr's? Ja, jetzt hat der den zum Ja, also ich hätte Rollteam Aber wie viel kann ich holen? Hier, hinter uns Draven noch sonst? Okay, ne Die wollen mich Nice Geh dann einfach Mitte runter gleich Hello in meiner Zeit, ja Egal Nein, was? I'm alive! Oh, nice Pushmit lane Leute, pushmit lane 10 Sekunden Sollen wir nicht lieber Back Infernal Drake sichern? Ja, aber auspushen und dann weg Und jetzt einfach Pure Damage Ah, Lidschbane Und jetzt einfach Pure Damage Let's go Ey, diese, diese, ähm, Queues Die sind so nervig Sieh, wir versuchen mich zu autotaken Miss Irea Miss Darf ich den Blue haben? Ah, ne, Kaster den braucht den hier Take it Aber ein bisschen Gift, pass auf So Leute, wir müssen jetzt Bitte runter gleich Infernal ist auf jeden Fall richtig wichtig Für Draven und mich Äh, ich geh da mal ein Wir haben gewordet? Ja, ich hab erst Ich hab Ulti Nochmal gewordet Die sind, die kommen alle von hier unten Geist nicht jetzt schnell machen Solange Wege noch ein mitlanes Geist nicht jetzt schnell machen Geist nicht nach der Mitte runter rennen Könnt ihr fighten? Könnt ihr irgendwie rein? Ich hab ein Flank Oh nein Oh nein Oh mein Gott Wie wurde der K3G Oh leil, immer noch der K3G Oh mein Gott Ja Leute, das dürfte Game sein Lass die Botlanbers nutzen Mit Dermbers Ich gehe jetzt QSS Ich kann auch Brandweger Ja Oh mein Gott Was ist das? Was ist das? Der iPhone hat's wieder überlebt? Das... Ey 18 HP Ich brauche Penetration, ich brauche Penetration, der hat nicht mal Magie resistent, doch ein bisschen. Ey, ich müsste so viel Burst gehabt haben, ey. Schade, zwei Nebi-Tortöme haben wir schon mal geknackt, das ist ja schon mal nicht verkehrt. Oh, Kassel fühlt sich mutig im Dunklen, fühlt sich sehr mutig, hat gut... Ja, wobei? Oh, der Venga-Cage, feels bad. Schade. Aua. Hier sind alle vier drauf, bisschen unkoordiniert zum Glück. Was ist denn da mit der Mikro, hast du einen Umzug oder was machst du da, Digi? Ganze Zeit schon! Permanente Geschmack! Ja, ich hab grad ein bisschen Zeit drauf, ja. Aber bei dir ist das? Mein Chat schon so, 90er, 80er Mikro. Mein Sedge. Ja, ja, mit Sugar. Oh man, dieser Cage. Digi, dieser Cage, ich hab grad, Mann. Ich hab ein bisschen... Ich hab noch nicht... Ich hab 27 Sekunden auf Ulti. Ich bin Pasts und Hauptsache da. Ich hab' nie gehört. Ach vict. Ich komm' hin, ich komm' hin, ich komm' hin. Das ist ein Timo-Moment, ich liebe ihn! AFK, weglaufen, Triple Kill. Schmeckt. Ich komme! Let's go, let's go! Sie geht auf dich, das ist gut. Ich muss aufpassen, dass der nicht zu krass auf mich geht. Ja, jetzt hat der, glaube ich, nichts mehr. Noch einmal, noch einmal, noch einmal. Jetzt kommt der Börse. Ich habe keinen Pilz, da kommt Support. Ich habe TP, also ich könnte auch Sack TP'n, wenn er tot ist. Also... Achso, da haben wir nur Tide raus. Nein! Ich bin rapped. Oh mein Gott. Das war das erste Mal im Cage. Ja, 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 der Pilz, der Pilz! Hat er fressen? Nee, ich habe gerade jemanden fressen. Er wägt keinen Ult, wägt keinen Ult! Stark! Stark, stark, stark! Aber jetzt wird es eng, weil Ivar noch kommt. Hast du Warmout? Righteous Glory, hast du ein Item? Aktives? Nee, ich habe gerade gar nichts mehr. Okay, okay. Dann passt. Kannst du den Pursch da noch? Ja. Kassi, mach den Himmi-Toro. Good job, guys, good job. Ein Solo-Bevent-Raisen. Hat das jemand im Chat geklippt? Der Timo-AfK-Triple-Kill? Warte mal 10 Sekunden noch, bevor du ihn für Nash. Vega, QR, 700, 1500. Oh nice, Solo-Nash. Er hätte noch eine Sekunde warten können, hätte ich ihn auch gehabt. Feels bad. Hat er extra gemacht. Vor allem Timo kann sowohl die Adi als auch die AP verwerten, wäre schon sweet gewesen. 30 Dakar-Bestacks. Oh yeah. Schön, mal auf die Wunde drauf drücken. Oh, Trayme einfach. Wie es aussieht, Trayme einfach ein Vergegner. Das war der Feiler-One-2-Man. Alter, deine Tastatur, ey. Jetzt weiß ich wieder, warum ich dich gemutet habe, ey. Es tut mir so leid, ey. Ihr seid alle sehr nett, aber... Ich kann mir das nicht geben, und vor allem, wenn ich das auf YouTube hochladen will. So, Leute, Metal-Botland. Von wem? Passatur. Ich glaube, das ist die Beamslust. Oh mein Gott. Ich habe ihn jetzt erst mal gemutet. Ach du Kacke. Aber ich weiß es nicht. 100%ig gerade. Ich kann Pike einfach Half-Life. Essen einfach. Null. Äh, ja. Die sind jetzt... alle bei mir gewesen. Hau. Close. Really close. Ich glaube, wenn ich Sideline.. Sideline gehe, ist das besser. Nee, nee, geh nicht zu mir, geh nicht zu mir. Lock dich nicht zu mir. Ich mache ein bisschen hier... Shenanigans. Der One-Shot wartet hier, Pinkbot Baits, genau, Push-Top, Push-Top das ist gut, Es sind drei Läufe, es sind drei Läufe, dann tue ich so, ob ich den Indibitor schnell mache. Willkommen alle zu Loli, also, oh lol, dieser Schaden von Timo, ich muss hier durch. Ich bin auch unterwegs, ich mach den Bot-Fight, ich mach den Bot-Fight, ich bin top. Ja, ich laufe mit, dann rein, wir versuchen mit Raid's Torrey. Die wollen zack, die wollen zack, oder? Reha oder Draven hat eine Trauer. Die Reha wills, soll die probieren. Nein, wir wären schon alleine gegen Draven schwer geworden. Nein! Dieser Pike ist noch weggekommen. Ah, noch. Oh, Draven. Die eine Axt hat's gemacht. Scheiß, jetzt komm hier nicht mit einem Sweeper, Diggy. Hier. Geh weg. Loll. Boah, ich hab grad richtig Fun an diesem Support, Timo. Holy shit, ihr glaubts nicht. So, stell ich mir das vor, wenn man LoL spielt, das ist einfach nur Spaß. Kassadin hat jetzt auch schon ein ekliges Level erreicht. Silence kommt. Nice. 33. Wie viel Pilze kann man jetzt haben, ey, der der immer mehr hier. Kommt aus eurer Base, ihr Chakos, ihr habt 3000 Gold. Oh nein, hab ich da irgendwie ein Orakel gehört? 2013. Der Ward, äh, expired. Hm, vielleicht geh ich dann doch jetzt erstmal kurz shoppen. Wobei jetzt kommen sie alle. Plus Supervasalen, ja, lass finishen. Die Regen. Die Regen. Kann ich spät kurz kaufen? Alter. Die Gegner machen ernst gerade. aber sie müssen deffen also wieder rein rein in die olga oh mein gott 10.000 sein spiel ach schade ein autotech zu früh geholtert der eine autotech hatte schon gereicht ich habe 1 zu viel gemacht und hab mich dann ausgekillt aber wer weiß iron schilde und hast nicht gesehen vielleicht war es auch okay dass ich sie mitgenommen mit 4.500 wird holt man da feines die andere ist es noch für timo gedacht ward item braucht keiner mehr am besten wäre jetzt noch ein void step reicht nicht dann das hier magic penetration erstmal wir können wieder nash machen achso er macht gerade elder auch voll wild aber er hat noch schuhe sehe ich gerade ein kill unterschied aber kein leben elf tode hat der banose bisschen ärgern kurama ninja günther danke fürs followen meinte ich kann den red haben ich habe lust dann noch so ein drittes gift zu bekommen ich habe dann meine ehe den red buff wir können ja nicht ganz mit nerven anmachen die anderen oh ja jetzt gibt es barren shenanigans ich bin fast zu groß wie der nash ich bin fast zu groß wie der nash ich bin fast zu groß wie der nash boah das Kassa da zu mir rüber springt und pike mitbringt war nicht geplant ey direkt zu mir und dann im epic hinterher und dann war ich plötzlich auch das war von mir nicht so geplant ich habe alle meine pilze geklärt aber hier steht noch der hero pilz der bienenstock meint ja vor allem sind hier oh ne oh gott der hat sich nicht getroffen das jumus für mages Coga bis Tankie was 10.000 leben waas Er hat 10.000 lebende True, was waren das gerade für dicke Balken? Ich hab ja keine Balken gesehen Das waren dann wirklich so andere Balken Ey, die Deffen ist echt nochmal, wir müssen aufpassen Ey, das ist so schlimm gerade Ein bisschen Spaß kann ich noch haben Ich steh jetzt einfach auf der Side-Layer Ihr müsst auch mal ins Erd-Sweeper sogar Das wundert mich, die haben einige Wards Das ist auch ein Ward Ich werde jetzt ein bisschen Piano alles erstmal wieder aufsetzen Wer alleine stirbt ist schuld Genau, ganz klar So, erstmal ganz vorsichtig hier links aufgesetzt Äh, von denen aus rechts Kassas alleine, jump weg, perfekt Jetzt können wir hier nochmal einen hinkommen Ich kann noch ein bisschen Gold Da nochmal einen hin tun Noch mal einen Sweeper forcen Pike ist bei mir irgendwo Jetzt nicht mehr Es geht runter Äh, Pike ist in einen Pilz oder keert, ich weiß es nicht Er ist in die Pilze rein Okay, nice Bisschen weg Alter, die ist wohl Ah, okay Ich, äh, clear hier jetzt mal wo Pike war Die Wards Direkt Hier ist irgendwo Pike Der hat sich gerade unsichtbar gemacht Oh mein Gott Da unten ist er und den krieg ich dann Mega ulti Also die Pilze langsam umkreisen die Base 1 und 200 Gold Hätte ich auch Warlocks noch Scheiße, Auto-Tack-Q-Animation Trug langsam No more way Ja Ja Er hat den Auch nicht mehr auf den Tisch Oh, er hat ihn nicht mehr auf den Tisch Oh, er hat ihn nicht mehr auf den Tisch Ja, Iberia, Mann Der hat leider noch J, sonst hätte ich dir gepasst Die Mannions machen schon Druck alleine Okay, Power ist weg Wird schwer, die Wards zu bekommen, Sek Be careful Okay, der zweite Elder, der ist sehr wichtig Er ist ja bisschen stärker Oh, der ist ja viel stärker Ja Ja Er braucht mir auch auf jeden Fall Reicht Ja, immer ein bisschen Sehr gut Äh Er hat da auch Ulti Ulti für den Ich muss aber noch kurz ein bisschen Gold Machen wir 1000 Zoll aber Ja, ich brauche noch kurz ein bisschen Gold Ich habe TP Hm Kann irgendeiner von den Tanks Oder Joe, kannst du einen normalen Ward benutzen? Ja Und dann Ward Ähm Ich habe hier viele Pilze Der Elder Drake is free Wenn die kommen, ich kann Backdown mit TP Die haben ne krasses Late Game kommen Stimmt, aber eigentlich müssten wir immer noch gewinnen Wenn wir uns nicht alleine sterben lassen Catchen lassen Wir wären ewig nicht mehr gestorben Hier ist der Pyke Ich habe einen Jetzt sind alle inhibitor immer wieder da Lass ihn noch Barrel machen oder nicht? Ja Ich Hm Lass Barrel erst einmal machen Lass erst einmal Barrel machen Danach pushen Komm einmal richtig Ich habe Ulti Alter 5600 Ich war noch 400 für Rabber Wenn keine Gefahr ist, dann lass mich aber heute den Baron, damit ich ihn verkaufen hab. Jetzt lass erstmal in Ruhe von allen Seiten pushen. Oh. Kassabot, drei Mitte und ich zwischen euch und meinen Pilzen. Cage ist raus, nicht schlecht. Geh mal rein, Jugga! Geh mal rein, Jugga! Geh mal rein, geh mal rein! Okay, nicht zu deep, nicht zu deep! Ja, ich wurde da rein gehockt. Xpec, selber Gedanke, GG! Good job! GG! Well played! Okay, ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr mitgespielt habt. Wir haben auf jeden Fall das zweite Game richtig gerockt und dann bin ich hier aber erstmal aus dem Voice raus mit euch. Aber wir sehen uns dann vielleicht eher in den nächsten Streams dann. Ja. Wen ehren wir? Draven? Ja, nehmen wir diesmal Draven. Okay. Alright. Da ich das vorhabe als Aufnahme zu nehmen, möchte ich mich natürlich auch hier bei allen Zuschauern bedanken. Ich habe jetzt ein Flex-Game gespielt mit den Leuten, solange ich mich dabei bin einzuspielen, bis ich wieder auf mein Main spielen kann. Momentan habe ich ein paar Lack-Probleme und mein Bild ist am Ruckeln. Ich weiß nicht, wie sehr man das bei euch sehen kann. Hier wollte ich aber auf jeden Fall nochmal den Damage-Craft zeigen. 82.000 Schaden mit Timo. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Ich glaube, mit Timo waren wir auch irgendwo ein kleiner MVP. Liebe für League of Legends, gerne auch Abonnements. Wenn ihr sagt, Maike, du spielst wieder lol, du hast wieder ein Abo verdient, dann ab damit. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Haut rein! Macht's gut!